Mich macht es glücklich, wenn mein kleiner Bruder mir die Jacke gibt, damit wir in den Kindergarten fahren können. Ich kriege einen Bruder, das ist noch im Mamas Bauch. Nach meinem Geburtstag kommt das Baby raus. Ich habe einen Bruder und der kann schon ganz gut Hockey und Fußball. Ich spiele mit meinem Bruder immer Feuerwehr und Flugzeug, das noch klein ist. Mit Mama spiele ich sehr gerne Spiele. Ich würde dann mit Papa mal Skateboard fahren. Also ich spiele mit Oma und Opa. Mit meinem Opa und mit meiner Oma spiele ich immer Lillifäe. Und bei mir haben wir Autoren gespielt mit den kleinen Autos. Spielspiel. Mit Niklas, Jonas und mit mir. Und mit Mama. Wenn Opa da war, dann habe ich immer gelacht, weil die haben immer so Quatsch gemacht. Dreimal schlafen, dann kommen die wieder. Und die müssen dann wieder bei uns putzen. Sehr gerne. So Jesus. Bis dann. BETU. Bei mir. Ja. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020